Die städtische Wohnungsbaugesellschaft hat Fördermittel für das Programm Stadtumbau Ost für das Jahr 2012 erhalten. Zudem wurde auf einem Pressegespräch im Rathaus der Stadt über die geförderten Rückbaumaßnahmen der Wohnungsunternehmen informiert. Der Rückbau leerstehender Wohnungen erfolgt in den Stadtbaugebieten Innenstadt, Elballee und Österreich-Viertel. Darüber hinaus wurden im Pressegespräch Informationen über weitere bis Ende 2013 geplante Maßnahmen mitgeteilt.